Ich habe viel Spaß. Ich bin gespannt. Also, erstmal an alle Hallo und vielen Dank, dass ihr hierher gekommen seid. Manche Freunde aus Spanien, Ukraine und auch Deutsch natürlich. Also, die meisten kennen mich, denke ich, aber manche von euch auch nicht. Deswegen werde ich über mein Lieblingstum sprechen. Ich? Also, das bin ich. Ich bin eine Mirren-Irisari, aber auch immer. Aber mehr bekannt als eine Irrisari. Ich komme aus Spanien, bin 24 Jahre alt. Und ich komme aus einem kleinen Dorf, in den Norden der Spanien, in den Basken. Das ist zum Beispiel einer davon, der heißt einmal alles wieder. Und jeder kann das interpretieren, wie man will. Aber für mich geht dieses Bild ein bisschen um Sex. Einfach nur ein bisschen Chaos und was das bei mir macht. Und das ist jetzt ein bisschen wie nur was die Kunst für mich ist. Und alle die Bilder, die in diesem Collage sind, habe ich von der Staatsgalerie genommen. Da bei der Abteilung von Collage. Also, die sind alle Künstler, die ich mache. Es gibt hier der Schrei, es gibt hier dann noch etwas von Kate Harding und verschiedene Farben. Und ich weiß nicht, ob man das erkennt. Es ist ein Mensch einfach voll in Konfetti. Und dann auch mit Konfettitüten. Und ja, wie gesagt, ich besuche die Staatsgalerie sehr oft. Ich gehe immer da sehr gerne wieder mit Anna oder manchmal muss Rafa da leiden und mit Mia kommen. Und davon alle die Bilder, die ich da langsam langsam gesammelt habe, habe ich diese Collage gemacht. Das ist mein Lieblingsbild. Das ist Elvis. Das war auch mein erstes Bild. Und er hat eine lange Entwicklung gehabt. Am Anfang gab es nur Elvis ganz allein. Dann kamen andere Bilder dazu. Dann andere Texte. Dann habe ich drüber gemahlen. Ich habe mich mit diesem Bild monatelang beschäftigt. Wir haben Musik innen, derhat dort alles kann.